Wir präsentieren Ihnen die brandneue Invictus X8 Staubsauger-Serie von Genius mit der stärksten Saugleistung aller Invictus Staubsauger und einer noch längeren Akkulaufzeit für grenzenlose, kabellose Reinigungsleistung und das vielseitigste brandneue Zubehör, um praktisch alles zu reinigen, drinnen oder draußen. Der Invictus X8 ist jetzt mit einer intelligenten Sensortechnologie ausgestattet, die den Grad der Staub- und Schmutzbelastung erkennt und sofort die perfekte Saugleistung liefert. Sparen Sie Zeit und Energie und hinterlassen Sie keine Unordnung. Sie erhalten brandneues Zubehör wie die motorisierte 360-Grad-Hartboden-Elektrobürste, die sich in alle Richtungen drehen und schwenken lässt, um mühelos Schmutz auf harten Oberflächen aufzunehmen. Verschwenden Sie keine Zeit mit Staubsaugen und Wischen, wenn Sie mit dem brandneuen motorisierten Elektro-Wischmob gleichzeitig saugen und wischen können. Die neue motorisierte Mini-Elektrobürste entfernt in sekundenschnelle Tierhaare von allen Stoffen, Böden und Möbeln. Der X8 Pro bietet Ihnen 30% mehr Saugkraft als bisher und einen unglaublichen 400-Watt-Digitalmotor, der stark genug ist, um auch die größten Verschmutzungen zu beseitigen. Und der leicht austauschbare Lithium-Ionen-Akku mit verlängerter Lebensdauer hält mit einer einzigen Ladung bis zu 60 Minuten. Andere Staubsauger schieben den Dreck einfach über den Boden, aber nicht der Invictus. Andere Staubsauger fangen die Haare ein und rollen sie um die Walzen herum, sodass sie sich verheddern, aber nicht der Invictus. Andere Staubsauger lassen Schmutz zurück, aber der Invictus hat die Saugkraft, um alles in einem Durchgang zu reinigen. Andere Staubsauger können den Schmutz nur aus einer Richtung aufnehmen, aber die Invictus 360-Grad-Elektrobürste reinigt in jeder Richtung für eine schnelle und mühelose Reinigung. Der Invictus X8 verfügt über ein verbessertes Luftfiltersystem mit einem dreistufigen HEPA-Filter, der 99,97% der Staub, Pollen und Allergene auffängt. Und wenn Sie fertig sind, entleeren Sie den Behälter mit nur einem Klick, sodass Sie den Dreck nicht anfassen müssen. Und jetzt können Sie Ihren eigenen Invictus X8 mit integriertem extragroßem Staubbehälter, dreistufigem HEPA-Filtersystem und Universalbürstenrolle erhalten. Heute für nur 5 kleine Raten an 49,95 Euro. Aber es gibt noch mehr. Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie zusätzlich die Fugendüse für die einfache Reinigung von engen Stellen, die 2-in-1 Kombibürste für feines Staubwischen und das Aufsaugen größerer Verschmutzungen und die praktische Wandhalterung. Sie erhalten in unserem Angebot den Invictus X8. Außerdem erhalten Sie die Fugendüse gratis. Sie erhalten die 2-in-1 Kombibürste gratis. Sowie die praktische Wandhalterung ebenfalls absolut gratis. Noch nicht genug? Rufen Sie jetzt an und Sie erhalten außerdem die motorisierte Mini-Elektrobürste, mit der Sie schnell und einfach Tierhaare aus all Ihren Stoffen und Polstern entfernen können. In einem Wert von 50 Euro. Heute gratis für Sie. Sie zahlen nur eine Gebühr für Service und Verpackung. Sie erhalten das Invictus X8-Set und die motorisierte Mini-Elektrobürste in einem unglaublichen Gesamtwert von 480 Euro. Heute für nur 5 kleine Raten an 49,95 Euro. Aber wir bieten Ihnen noch mehr. Entscheiden Sie sich jetzt für unser unschlagbares Angebot 2. Und Sie erhalten nicht nur das Upgrade auf die X8 Pro Variante mit dem intelligenten Staubsensor, sondern auch weitere Aufsätze wie die 360-Grad-Elektrobürste. Dieses Deluxe-Set enthält all das unglaubliche Zubehör, das Sie in der Show gesehen haben und für Ihre perfekte und mühelose Hausreinigung brauchen. Rufen Sie jetzt an und wählen Sie aus unseren beiden genialen Angeboten. Angebot 1 mit dem Invictus X8-Set und der motorisierten Mini-Elektrobürste oder Angebot 2 mit dem umfangreichen Invictus X8 Pro Deluxe-Set. Rufen Sie jetzt an und zahlen Sie risikolos auf Rechnung, per Nachname, Paypal, Amazon Pay und Klarna. Bestellen Sie jetzt und Genius gewährt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Sollten Sie nicht zufrieden sein, schicken Sie Ihren Invictus X8 einfach zurück. Rufen Sie gleich an oder bestellen Sie online unter www.genius.tv 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 www.genius.tv